guten tag hier spricht wieder euer peter gaming so leute ich würde sagen schluss jetzt dann herrmann reizmann niemand erweist das aber keine ahnung ist am effektivste erst mal ok wir müssen doch auswählen ja das ist schon echt manche sache wirklich schon heftig was man hier alles miterleben müssen aber schon heftig wo überall max 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 überall max oder leute überall ist was von der max oder leute okay there's no way that frank is snitching on daemon but i love learning about his badass loitering charge okay aber okay i agree to aid the courts on future cases that could be seen as a little snitchy name name geralds gott this is that freak from the mill wonder what daemon would think of his very cooperative comment okay man könnte eine sache er i agree to aid the courts on future cases i agree to aid the courts on future cases i agree to aid the courts on future cases ich denke ich nicht dass er es ist leute weil ein bisschen ja hope james doesn't really get demon off the hook that dudes gotta pay arcadia bay's least wanted arcadia bay's least wanted okay if i'm going to accuse one of these guys better be sure i'm right this guy let me into the mill den täte ich nicht so achten kopp i totally knew this guy was a criminal when i stole from him gott okay he's he's shart and peaked and okay sharon yes Okay, aber Nach Okay, du Nach Okay Aber Aber Die Akte Die Würde ich Ach Sagen Aber Könnt Der Könnt Ach Sein Aber Irgendwie Denk Ich Leute Oder Wer ist Das Ah Das Frank Okay There's No Way That Frank Is Snitching On Damon Aber Ich Denk Irgendwie Leute Ist Das Shelton Irgendwie Denk Ich Shelton Oder Leute Wir Wir versuchen Wir versuchen es Einfach mal Okay Ja Okay Wir müssen Wir müssen Sachen mehr haben Oh super Jetzt muss ich Geld suchen Warum Warum Wie sieht man das Seegemehl? Ah, eine kleine falsche Wand. So, jetzt ist Mama's Bild. Was macht er mit ihr? Okay. Holy shit. Nein, das war klar. Nein, das war klar. Was machst du hier? Das ist Haus von Rachel, nicht wahr? Hast du wirklich nur mich hier folgt? Hast du mich... Hast du mich aus dem Krankenhaus? Ich habe. Ich bin Angst über dich. Ich bin gut. Du bist derjenige. Du musst nicht hier sein. Chloe? Was ist das? Elliot, schau dir das. Du hast keine Ahnung, was du zu tun hast. Und du? Chloe? Und was hast du dich in dir gemacht? Du... Du wirst nicht verstehen. Gib mir eine Chance. Was machst du? Ich bin ein Schwede. Ich kann dir nicht sagen, aber das ist natürlich sehr sehr. Deswegen muss ich jetzt gehen. Du hast dich sehr sehr für Rachel. Genau. Aber du bist die, die dich in Gefahr. Wieder. Ich bin so froh von dir nicht zu sehen, wer die Rachel wirklich ist. Ich bin so froh von dir. Ich bin so froh von dir. Ich bin so froh von dir. Du musst mir hören. Was hast du mit dir gehalten? Was ist deine Erziehung mit ihr? Du... Du... Du wirst nicht wissen, was du sprichst. Die erste Nacht, du hängst. Was ist das? Du wirst in einer Befalle. Du wirst in einer Befalle. Du wirst in einer Befalle. Ich weiß, warum du das denkst. Aber es war nicht ihr fault. Es war nicht ihr fault. Es war nicht ihr fault. Das ist der Punkt. Verge. 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 Dass sie irgendwie... schade für... Der nächste Tag, sie überzeugt dich, zu schlafen. Magisch. Sie gar nicht in Probleme. Und du bist. Verge. Ich habe die Befalle, weil ich wollte. Rachel versucht, mich zu schützen. Aber irgendwie, alles funktioniert für sie in der Ende. Wie normalerweise. Du wirst nicht verstehen. Du warst nicht da. Was sie schützt dich, wenn sie dich machte in einem Spiel, du wirst nicht sein? Gott. Schau. Entschuldigung, dass ich dich für die Spiel, aber... Das ist nicht so. S... Serious, Mann. Du... Du musst dich schützt dich, bevor... Ich bin schützt genug genug. Schau. Rachel ist eine fantastische Aktein. Und ich sage nicht auf dem Spiel. Sie ist falsch. Du bist wahr. Und... Ich liebe sie zu manipulieren. Elliot. Ich versuche... ich... ich... Ich meine... Ich werde mich nicht manipulieren. Nein! Siehst du jetzt an, wo du bist. Ein Schauspieler. Ein Schauspieler. Mit krigierigen und kriminalen. Sie schreien in den Haus. Es ist verrückt! Schon immer gewesen. Elliott. Ich bin derjenige, Chloe. Ich, nicht Rachel. Es ist Zeit, dass du die Wahrheit gesehen hast. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du dich nicht überraschst, Rachel. Und jetzt auf mich bemerkst. Elliott, bitte. Ich weiß, du bist aufsettet, aber... Ich bin nicht aufsettet! Ich versuche, dir zu helfen. Wir versuchen es einfach mal, Leute. Elliott ist weg. Ich... Ich muss die Polizei kommen, ohne ihn auszuprobieren. Wer war da für dich? Wenn Max left? Wenn dein Vater stirbt? Niemand hat uns eine Scheiße über dich, außer ich. Wir haben viel zu sprechen. Und ich weiß nicht, wie lange es dauert. Wir sind nicht weg, bis du siehst, dass ich richtig bin. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Okay, ich werde die Helme jetzt mal. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Alter, Schwind. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Wenn du zu sprechen, wirst du zu sprechen? Wir sprechen. Was passiert hier wirklich? Du kannst mir dir sagen. Was passiert hier? Du kannst mir sagen. Okay. 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 All I want is to help you. Okay. I'm glad you can finally see that. You're right. This whole thing has been a cry for help. Help me. Help me now. Hey, it's okay. I'm not going anywhere. I feel trapped. I'm boxed in. I desperately want to leave this situation. It takes a lot of guts to tell me all this. And I want you to know that I will always be there for you. No matter what. We got it, guys. Es ist die Polizei. Okay, keine Panik. Ich bin sicher, dass sie uns nur fragen, warum wir hier sind. Was machen wir? Ich spreche mit ihnen. Es gibt nichts zu beantworten. Danke, Elliot. Du bist ein großartiger Freund. Oh Mann, Elliot hat jetzt ein kleines und großes Problem. Hat jetzt ein kleines Problem, Leute. Ein sehr kleines Problem, Leute. Und jetzt können wir das Geld zum Daemon trinken. Und dann schauen wir einfach mal. Es gibt nichts zu hinter mir. Und da werden wir jetzt zum Daemon, wer da ist. Dass man so schwer und von dort alles stört. Und dann können wir ja nicht mal helfen. Und dann können wir das Platz haben. Und dann kann man sehen. Ich hab ein kleines Problem also gelöst. Ich hab ein kleines Problem, aber dann kann man mit den Tick aus Chile gehen. Jetzt müssen wir zur Mühle Leute. Wir müssen zur Mühle schnell. Sehr schnell müssen wir jetzt los. Aber was ist mit Elis passiert? Schon heftig muss ich es uns sagen. Schon ziemlich. Man muss ein bisschen aufpassen. Was ist mit Elis? 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 Genau. So macht man das oder Leute? Ok jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt müssen wir Rachels Mom retten Leute. Jetzt müssen wir sie retten. Genau. Wir wollen sie verpassen. Hoffen wir mal, dass wir es schaffen mit Rachel, Mutter. Hoffen wir mal, dass wir es schaffen. Bin ich mal gespannt, Leute. Bin ich mal gespannt, ob wir es schaffen mit Rachel hier raus zu kommen, Leute. Bin ich mal richtig gespannt. Aber Leute, ich würde sagen, das mit Rettung von Sarah machen wir erst beim nächsten Mal. Somit sagt euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG bis den.